Ihr habt mir so viele Kommentare geschrieben. Ihr wisst ja alle, die Bienen sterben aus. Deswegen zeige ich euch jetzt, wie ihr euch total easy für euren Balkon oder Fensterbrett ein cooles kleines Sektnotel selber bauen könnt. Ja, und die kleinen Bienen haben dann eine kleine Behausung, ne? Ich habe hier so Röhrchen bestellt. Die sind total geil für die Wildbienen, weil da drin machen die ihre Eier. Als erstes brauchen wir natürlich Holz, damit wir uns einen Rahmen bauen können. See you get. Maybe. Deswegen mag ich Nägel nicht, Alter. So, und da kommen jetzt fette Hartholzklötze rein mit Löchern drin. Wildbienen krabbeln ja da in die Löcher rein. Das heißt, wenn da jetzt irgendein Spreißel ist oder so ein Dreck drin ist, dann geht die da nicht rein, weil die schissert, dass sie ihre Flügel kaputt macht. Damit die nicht rausfallen, einfach kommt da hinten jetzt Leim rein. Ui. Und dann kleben die da fest. Geil, Alter. Boots, Digga. Boah, kennt euch, wie das aussieht. So chillig. Ich habe jetzt vielleicht eine Stunde hier ein bisschen rumgewerkelt. Also, ist total easy, in ein Sektnotel zu bauen.